Hallo, hier ist Markus Rapp. Heute mit einem Brennpunkt über die US-Wahlen am 5. November, Dienstag in elf Tagen. Endlich mal positive Nachrichten. Die ganzen Umfragen zeigen in den USA, dass Donald Trump, Kamala Harris, wegläuft in allen Umfragen. Und dass die ganze Sache danach aussieht, dass er in den acht auch Swing-States, die immer unentschlossene Staaten sind, weit führt. Fünf bis sechs Punkte, Prozentpunkte vor Kamala Harris, die im Grunde nicht gewählt wurde von den Demokraten, sondern einfach eingesetzt wurde. Gib doch ein Like für das Video, dann verbreitet es sich schnell auf YouTube. Und abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine ermutigen, auch gesellschaftsrelevanten Videos mehr verpasst. Also diese Wahlen sind eine Schicksalswahl für alle, die Freiheit und Demokratie lieben und Frieden. Weil Donald Trump hat sehr, sehr deutlich gesagt, dass er die Kriege beenden wird in der Ukraine gegen Russland. Dass er sehr schnell auf Diplomatie setzen wird, auch im Nahen Osten mit Israel. Er hat schon in seiner ersten Präsidentschaft 2016 bis 2020 alle Kriege der damaligen Zeit beendet. Er hat Frieden geschaffen, auch mit Israel, allen Nachbarländern, mit dem Abraham-Akkord. Und es gab in ihm wirklich einen Aufschwung der Wirtschaft, trotz der Corona-Zeiten. Und jetzt sehen wir, dass also hier auch die Mainstream-Medien mittlerweile zugeben, Donald Trump gewinnt jeden Swing-State. Das sind acht. Das ist das absolut wahrscheinlichste Szenario. Wir werden uns in diesem Video die ganzen Umfragen anschauen, auch Popular Vote, dass er mittlerweile dort auch viel weiter führt, als er 2016 die Wahl gewonnen hat gegen Hillary Clinton. Das ist also sehr, sehr ermutigend. Donald Trump gibt den Amerikanern Hoffnung. Er hat die Interessen der USA und auch der Welt über sein eigenes Leben gestellt. Mittlerweile gab es ja zwei Attentatsversuche. Und er sagt sehr, sehr deutlich, nur durch Gottes Gnade und Schutz bin ich dem Tod entronnen. Und er ist also bereit, hier wirklich zu kämpfen. 52 Tage macht er Kampagnen bis zum 5. November, während Kamala Harris Urlaub macht, immer wieder freie Tage. Aber Donald Trump ist wirklich ein Kämpfer. Hier ist eins der Wahlkampfplanen. Trump wird zurück sein als 47. Präsident. Er war der 45. Präsident. Und dann hat er die Wahlen verloren gegen Joe Biden, obwohl er 10 Millionen mehr Stimmen hatte, als bei dem ersten Mal, wo er als Präsident gewählt wurde. Sowas hat es noch nie gegeben. Normalerweise hätte er auch das zweite Mal Präsident werden müssen. Schreibt doch eure Kommentare, wie ihr das seht. Also das ist hier ein ganz ermutigendes Video. Ich werde jetzt mehrere Updates geben, auch bis zur Wahl, auch am 5. November. Florida ist Trump Country, aber auch Pennsylvania, Arizona, Ohio, alle Swing States mittlerweile auf der Seite von Donald Trump. Und hier ist eine Demokratin im Senat, die jetzt offiziell gesagt hat, ich werde mich hinter Donald Trump stellen, weil er besser für die Interessen eintritt als Kamala Harris. Dass eine Demokratin und sehr viele Demokraten schlagen sich mittlerweile auf die Seite von Donald Trump, weil sie gegen die radikale Linke sind, gegen die ganze LGBTQ-Agenda, offene Grenzen. 15 Millionen illegale Einwanderer sind ins Land gekommen. Und hier sehen wir eine neue National-Umfrage vom 23. Oktober. Und da können wir sehen, Donald Trump führt mit drei Prozentpunkten, ja, nur elf, zwölf Tage vor den Wahlen. Und das ist unmöglich für Kamala Harris aufzuholen. Ja, normalerweise muss so etwas zwei, drei Monate vorher entschieden werden, wer führt. Aber die letzten zehn Tage wird also diese Führung nicht mehr eingeholt werden können. Also das ist sehr, sehr ermutigend. Hier sehen wir Popular Vote, ja, und als Donald Trump gewonnen hat gegen Hillary Clinton 2016, haben die Demokraten sogar mit der Popular Vote, wo dann eben auch eine weitere Entscheidung getroffen wird, wie viele Republikaner im Kongress sitzen, mit drei Prozent geführt vor Donald Trump. Und Donald Trump hat trotzdem die Wahl gewonnen wurde, US-Präsident. Diesmal führt er mit plus drei Prozent sogar die Popular Vote. Und damit ist eigentlich klar, sagen viele Experten, ist die Wahl bereits gewonnen. Und hier sehen wir eine ganz ermutigende Statistik. Ja, Donald Trump, 54 Prozent, plus acht vor Kamala Harris in den Battleground States. Das sind die Swing States, Pennsylvania, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin und Nevada. Also sowas hat es noch nie gegeben mit solch einer Führung nur elf Tage vor den Wahlen. Also mir macht das ungeheuren Mut, weil Donald Trump ist gegen den Globalismus. Er ist für fairen Handel. Er ist für gute Beziehungen, auch mit den BRICS-Nationen, mit Russland, mit China, für Frieden in der Welt. Joe Biden hat ein Desaster gebracht in Afghanistan, ja, hat die Truppen dort abgezogen und hat das Land in die Hände der terroristischen Taliban gegeben. Unter Kamala Harris und Joe Biden hat es den Krieg gegeben, jetzt den Angriffskrieg von Russland gegen Ukraine. Donald Trump sagt, das wäre niemals passiert. Warum? Weil Donald Trump immer sagte, die Ukraine muss neutral bleiben. Sie darf nicht in die NATO, auch nicht in die EU. Und das ist, was jetzt momentan die Linie des Weißen Hauses unter den radikalen Linken Joe Biden und Kamala Harris ist. Und sie würde die Politik fortsetzen des Krieges gegen Russland. Also das sind gute Nachrichten. Hier sehen wir nationale Umfrage, Hard Research, Hard Forschung. Eine der genauesten Umfragen. Hier sehen wir, Donald Trump führt mit 48 Prozent, auch in dieser Umfrage, zwei Prozentpunkte vor Harris. Und die haben Umfragen, die sind im 0,23 Prozent Bereich genau. Und hier sehen wir, wie das die Swing States auch nach dieser Umfrage führt Donald Trump. Und hier sehen wir, in Nevada haben die Republikaner die letzten 20 Jahre nie gewonnen. Und selbst in diesem Bundesstaat, das sind die frühen Wähler, sind mittlerweile 159.000 Stimmen für die Republikaner für Donald Trump abgegeben worden. 20.000 mehr als bei den Demokraten. Also das ist wirklich gewaltig und eine nie dagewesene Führung für Donald Trump. Ich weiß nicht, ob dir das Mut macht. Schreibt mal eure Kommentare. Ich musste euch diese positive Nachricht unbedingt sagen. Hier sehen wir, warum Kamala Harris immer bestimmt war zu verlieren. Sie ist unbeliebt in den USA, auch unter den Demokraten. Ich habe das in anderen Videos schon gesagt. Und 100 Tage vor den Wahlen hat sie also überhaupt kein Programm vorgelegt. Sie hat nur Lügen verbreitet. Ja, Donald Trump wäre wie Adolf Hitler und Donald Trump würde die Demokratie kaputt machen. Aber sie hat überhaupt keinen Plan, keine Strategie für die Welt außer Krieg und für Amerika zu prosperieren. Und das erkennen die Amerikaner zu großer Mehrheit. Hier sehen wir, die Demokraten finden jetzt auf harte Weise heraus, dass es sehr gute Gründe war, Harris nicht zur Präsidentschaftskandidatin zu machen. 2020 bei den Vorwahlen hatte sie nur ein Prozent der Stimmen. Wollten sie überhaupt als Vizepräsidentin? Und hier sehen wir, alle Zeichen zeigen, dass die blaue Wand, dass die Farbe der Demokraten zusammenbricht. Ja, die ganze Wahlstrategie Harris-Waltz, das Gebäude stürzt wie ein Kartenhaus ein. Wow, das sind spannende Nachrichten. Und hier sehen wir nochmal in einer anderen Umfrage, ja, wer ist für Donald Trump, wer ist nicht so für ihn. 52 Prozent sind für Donald Trump, national und nur 47 noch für Harris, 52 gegen Harris. Und hier sehen wir plus 5 Prozent für Trump und 5 Prozent minus für Harris. Also eindeutige Werte. Ich habe das schon gezeigt hier, ja. Ich glaube, dass Donald Trump der 47. Präsident werden wird am 5. November. Das wird ein Erdrutschsieg werden und ein Zeichen für die konservative Wende in der Welt, ja. Für geschützte Grenzen, für eine NATO, die ein Verteidigungsbündnis ist, dafür ist Donald Trump. Und ich glaube, dass er schon in der ersten Woche nach der Wahl mit Putin reden wird und mit ihm Verhandlungen für Frieden, wozu Wladimir Putin bereit ist. Er hat das in einem Interview mit Tucker Carlson ja deutlich gesagt. Ich habe darüber auch ein Video gebracht. Die wichtigsten Punkte, schau dir das an. Und Putin hat gesagt, wir sind jederzeit bereit, Frieden zu schließen mit der Ukraine. Wir wollen nur nicht, dass sie in die NATO eintreten. Dafür ist Präsident Donald Trump. Also es wird eine spannende Wahlnacht werden. Hier sehen wir noch einmal Atlas Poll, eine weitere Umfrage. Trump führt mit 3 Prozentpunkten 50,7 Prozent der Stimmen vor Kamala Harris. Und das wird jeden Tag dramatischer. Also er ist hart am Arbeiten für diese Wahl, sie zu gewinnen. Und in Arizona hat er eine Führung mit 53.000 Stimmen. Also mich begeistert das. Und schreibt auch mal eure Kommentare, wie ihr das seht. Und er wird LGBTQ, den ganzen Genderwahnsinn bekämpfen, die Mittelstreichen von Universitäten und Schulen. Und er wird christliche, biblische Werte wieder zurückführen in die USA. Er ist auch für Gebet in den Schulen, dass die Bibel gelesen wird. Er hat ja Bibelkampagnen gemacht, wurde auch für Verlacht von den Demokraten. Aber alle Christen in Amerika wissen, alle Konservativen, dass Donald Trump für christliche, biblische Werte steht. Und er wird Frieden schaffen in der Welt. Und ich glaube, Gott wird das segnen. Und er wird also wiedergewählt. Dafür beten wir am 5. November. Weil wir brauchen Präsidenten, die Gott fürchten, die die Werte der Bibel hochhalten und die eben für eine friedliche Lösung von Konflikten in der Welt sind. Ja, gib doch, wie gesagt, dein Abo. Abonnier meinen YouTube-Kanal. Ich werde weitere Videos machen. Jetzt war ja gerade Briggs-Gipfel. Mittlerweile sind 45 Prozent der Weltbevölkerung in diesem BRICS-Bündnis, das ein nicht westliches Bündnis ist, um die Vorherrschaft der USA abzulösen. Und dafür ist sogar ein Donald Trump. Weil er ist für eine unipolare Welt, wo es viele verschiedene Zentren gibt, wo nicht eine Nation wie die USA die Geschicke der Welt ins Chaos stürzt, wie wir das jetzt gesehen haben, die letzten dreieinhalb Jahre. Du kannst auch uns mit einer Spende unterstützen, ein neues Leben e.V., unser Verein in Berlin, unsere evangelische Kirche, womit wir Tausende mit dem Evangelium erreichen. Wir hatten jetzt große Evangelisation, die wir mit unterstützt haben, mit allen Mitteln in allen Stadtteilen Berlins, vor dem Brandenburger Tor, vom Alexanderplatz. Ich habe die Livestreams möglich gemacht mit unseren Partnern Bible Broadcasting. Ihr könnt die Livestreams sehen. Unterstütze uns mit einer Spende. Wir sind dankbar für deine Partnerschaft, auch mit unserer Medienarbeit. Schreib mir gerne eine E-Mail an info-at-neues-leben.berlin. Ich freue mich, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Ich werde weitere aktuelle Videos bringen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Rettung für Amerika. Weil wenn jetzt Kamala Harris geführt hätte und wenn sie die Wahl gewinnen würde, dann würden sie weiter die Grenzen öffnen und immer mehr illegale Einwanderer hineinlassen, damit die Demokraten in den künftigen Jahren gewählt werden. Aber die Amerikaner sind die Politik von Joe Biden so satt, dass sie also hier überall in den Trends sich zu Donald Trump hinwenden. Also ich glaube, das wird eine ungeheuer spannende Nacht und am 5. November. Und ich glaube, es werden sehr gute Nachrichten für wahre Demokratie, für Meinungsfreiheit. Also schreib deine Kommentare, wie du das siehst. Ich halte das für eine sehr, sehr positive Trendwende. Und ich glaube, dass auch die Osteuropäer und die konservativen Kräfte, ja, ob das jetzt Argentinien ist, ob das Ungarn ist und natürlich auch die konservativen Kräfte in Deutschland, die für christliche biblische Werte sind, für uns sind das sehr, sehr gute Nachrichten. Und ich glaube, das wird nochmal eine Phase der Gnade, wo auch dann Trends durch Donald Trump positiv beeinflusst werden, durch Frieden im Nahen Osten, Frieden mit Israel und Frieden in der Welt und dann eben zurück zu christlichen Werten, dass es zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau. Und Donald Trump wird dafür ganz, ganz klar Position beziehen. Danke, dass du das Video angeschaut hast. Und wie gesagt, gib ein Like und danke für dein Abo. Drück auch die Glocke, damit du künftig keine Videos verpasst. Gottes Segen und Frieden sei mit dir.